Also Deutschland bestreitet nicht, dass es diese Verbrechen gibt. Deutschland könnte aber noch expliziter sein in der Ausbuchstabierung, was denn dort passiert. Das tut ja Deutschland in Bezug auf die Verbrechen von Wladimir Putin und seinen Schergen ja auch. Warum nicht auch im Falle Chinas, weil China halt der wichtigere Handelspartner ist. Hallo liebe ZuhörerInnen zu einer weiteren Folge des Podcasts für Vielfalt. Mein Name ist Tabea Giesecke und ich bin heute wieder ein Teil der Moderation. Heute ist der 28. Juni 2023 und ich sitze hier wieder mit meinen KollegInnen im schönen Büro in Göttingen und dann gebe ich erstmal ein schönes Hallo an Regina Song, die heute mit mir moderieren wird. Ja hallo, dankeschön Tabea. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wir sind ja in der gleichen Konstellation wie vor einigen Wochen, aber Tabea und ich freuen uns heute sehr, dass wir Hanno Schädler als Gast begrüßen dürfen. Hallo Hanno. Hallo. Diesmal bekommst du von mir die Fragen gestellt. Du musst mit mir nicht Fragen stellen. Auf der anderen Seite. Wie geht's dir denn? Bist du aufgeregt, Hanno? Also es geht mir gut und ich bin so mäßig aufgeregt, aber je nachdem wie krass eure Fragen sind, wird dann der Puls hochgehen. Wahrscheinlich ist Hanno gar nicht aufgeregt. Er war nämlich schon einmal hier zu Gast. Unsere ZuhörerInnen, die sehr treu bei uns immer wieder zuhören, wissen natürlich, dass Hanno auch schon der allererste Gast war in unserer allerersten Folge. Die vor drei Jahren oder so aufgenommen wurde, richtig? Genau, zu Beginn der Corona-Pandemie war das mit Caro und Nils als Interviewende. Genau, ganz liebe Grüße raus an Caro und Nils natürlich auch an dieser Stelle. Ja. Stimmt. Aber Tabea, lass uns doch mal kurz noch ein bisschen zurückschauen, bevor wir uns jetzt dem heutigen Thema wenden. Wir sprechen nämlich heute über China. Hanno Schiedler ist ja unser China-Referent und du kannst dich gleich gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Deine Bezeichnung ist ja ein bisschen länger. Du bist ja nicht China-Referent, sondern du bist, hilf mir kurz. Referent für Genozidprävention und Schutzverantwortung. Genau, aber dein Themenfeld ist China und vor allem die Lage der UigurInnen und auch andere Nationalitäten und Minderheiten in China und da werden wir uns gleich ganz ausführlich drüber unterhalten. Aber vorher würde ich gerne noch wissen, was Tabea die letzten Wochen getrieben hat, denn du warst ja ordentlich unterwegs. Ja, das stimmt. Der Juni war sehr ereignisreich auf jeden Fall. Wir waren erst beim Kirchentag in Nürnberg und haben auch zum Thema JesidInnen oder Genozid an den JesidInnen beim Markt der Möglichkeiten anstand gehabt und hat total viel Spaß gemacht, weil wir auch ganz viele Leute getroffen haben, die halt die GFPV schon kannten, Mitglieder sind oder halt auch die Zeitschrift abonniert haben und da war es irgendwie schön, diesen Austausch zu haben. Jetzt sag nochmal, wo warst du letzte Woche, weil ich weiß natürlich, wo du warst, aber ich finde es super interessant, wo du warst und was du gemacht hast. Letzte Woche war ich mit der Bildungsarbeit unterwegs. Also wir hatten verschiedene Projekttage an Schulen zusammen mit dem Projekt Ferman. Wer jetzt schon mal bei uns reingehört hat in den Podcast, Ferman heißt Völkermord im Kumanji, also im Kurdischen. Und das Ferman-Projekt ist von der Niedersachsischen Gedenkstättenstiftung, also das ist ein bisschen der Dachverband, wo zum Beispiel auch Bergen-Belsen drunter fällt und so. Und wir haben zusammen Projektarbeit an Schulen gemacht, wo wir SchülerInnen über den GenozidInnen, JesidInnen, über das Jesidentum aufgeklärt haben, aber auch ZeitzeugInnen dabei hatten, also Personen, die selbst in Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staates waren und die dann Fragen von SchülerInnen beantwortet haben und ihre Geschichten erzählt haben und berichtet haben. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen und auch mitzuhören und auch zu gucken, wie die SchülerInnen darauf reagieren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch oft sehr emotional, sowohl bei den ZeitzeugInnen als auch bei den SchülerInnen. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr bei den SchülerInnen, die ja ungefähr 15, 16 waren, richtig was angestoßen habt. Ich hoffe. Also es hat auf jeden Fall, man hat gemerkt, die Spannung war besonders bei den ZeitzeugInnenberichten sehr da und die haben wirklich viel gefragt, viel mitgemacht. Also das war super. Hat man gemerkt, dass da doch viel passiert ist. Aber wie war es bei dir jetzt in der letzten Zeit? Ich arbeite ja mit indigenen AktivistInnen in Russland zusammen und ich muss sagen, eigentlich verschlechtert sich die Lage immer zunehmend. Das, was nicht so einfach ist für mich, mit zu begleiten, mit zu beobachten. Ich meine, in Russland, das überschlagen sich ja die Ereignisse, aber eben auch Repressionen im Land nehmen deutlich, deutlich zu. Und manchmal, glaube ich, fällt das ein bisschen hinten über, was natürlich auch voll verständlich ist, weil wir müssen uns natürlich auch viel mit Putin und der Wagner-Söllner-Truppe beschäftigen und natürlich auch viel weiterhin mit allen neuen Ereignissen in der Ukraine. Aber ich kann nur wirklich sagen, auch innerhalb von Russland, indigene AktivistInnen sind immer sehr gut vernetzt und deswegen bin ich da auch voller Hoffnung gleichzeitig, aber natürlich auch, sind gemischte Gefühle. Heißers Rad wird nicht stillstehen auf jeden Fall. Aber es gab ja auch noch mehr im Juni an Aktionen. Und ich kann mich daran erinnern, es gab jetzt auch eine zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, glaube ich, letzte Woche, oder, Hanno? Vielleicht können wir da mal ein bisschen mit ins Thema einsteigen langsam. Ja, genau. Letzte Woche haben sich nach mehrjähriger Pause die deutsche und die chinesische Regierung in höherer Zahl an Regierungsmitgliedern getroffen. Das hat am letzten Dienstag, den 20. in Berlin stattgefunden. Es war ernüchternd zu sehen, dass erst mal die chinesische Regierung diese Aufwertung bekommt, weil Regierungskonsultationen an sich nur mit demokratisch verfassten PartnerInnen stattfinden, also zum Beispiel in Frankreich, ich glaube auch mit Polen. Und es war auch ernüchternd zu sehen, dass wir diejenigen, meine Kollegin Jasna Kausewicz war vor Ort, gemeinsam mit VertreterInnen von anderen Organisationen, dass der Protest von Nichtregierungsorganisationen gegen diese Konsultationen beziehungsweise der Einsatz, die Forderung, dass Deutschland sich ganz explizit und eindeutig auch in öffentlichen Darstellungen für Menschenrechte in China einsetzen soll, dass das so ein bisschen zur Seite gedrängt wurde, also auch wirklich physisch zur Seite gedrängt. Die Kolleginnen standen relativ weit außen und direkt gegenüber vom Kanzleramt standen chinesische Studierende oder ChinesInnen, die chinesische Flaggen getragen haben und die sozusagen großen Bannern den chinesischen Premierminister und seine Regierungsmannschaft begrüßt haben. Und es ist natürlich krass zu sehen, wenn hier bei uns in Deutschland Nichtregierungsorganisationen, die kritisch über das, was in China passiert und durch China passiert, berichten, wenn die so an den Rand gedrängt werden. Und das war auch nicht das erste Mal, dass die Chinesen, die Jubelchinesinnen, wie ich sie jetzt mal verkürzt nennen möchte, dass die einen Platz direkt gegenüber vom Kanzleramt bekommen, sodass der chinesische Premierminister wahrscheinlich denkt, oh, in Deutschland freut man sich ja, dass ich hier bin. Und das ist schon genauso krass zu sehen wie und ernüchternd zu sehen und mehr mitzubekommen, wenn dann nach dem Regierungskonsultationen es eine Pressebegegnung gibt, keine Pressekonferenz, weil Pressekonferenz würde bedeuten, dass man Fragen stellen kann. Und es war für mich besonders krass, das dann zu hören, dass es in Berlin so abgelaufen ist, dass die JournalistInnen keine Fragen stellen konnten, also chinesische Verhältnisse hier in Deutschland, weil ich selber war in Genf. Wir hatten am selben Tag eine Veranstaltung beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Thema Tibet. Und da hat eine tibetische Nonne erzählt, wie sie in 15 Jahren Haft gefoltert wurde, gedemütigt wurde. Und das alles durch dieselbe chinesische Regierung, die hier den roten Teppich ausgerollt bekommt. Das ist echt, es ist bitter, das mitzuerleben. Und dass dann an so einem Tag keine Fragen gestellt werden können und die Nonne erzählt davon, wie sie in Haft systematisch gefoltert wurde. Und es wird auch heute noch seitens der chinesischen Regierung Folter als Waffe eingesetzt. Und ich meine mal von der Nonne, das einzige Verbrechen war ja, glaube ich, dass sie irgendwie, was hatte sie gerufen? Sie hat gerufen, Langlebe der Dalai Lama und Freiheit in Tibet. Und dann hat man sie eingebuchtet und dann hat sie in Haft weiterhin friedlich Widerstand geleistet. Dann hat man diese Haft verlängert und dann ist sie nach 15 Jahren aufgrund internationalen Drucks freigekommen. Und sie lebt jetzt in der Schweiz, aber sie ist von dem, was sie vor mehreren Jahrzehnten erlebt hat, erleben musste, erleiden musste, schwer gezeichnet. Und dann müsst ihr euch vorstellen, es bedeutet immer wieder Energie und Kraft, die man aufwenden muss, um das, was man selber erfahren hat, zu schildern. Und es waren in dem Raum viele StaatenvertreterInnen, also vor allen Dingen von demokratisch verfassten Staaten in Genf bei unserer Veranstaltung, aber eben auch chinesische StaatenvertreterInnen. Die haben im Gegensatz zu sonst, haben sie nicht gestört, haben auch keine komischen Fragen gestellt. Aber all das bedeutet Kraft. Es bedeutet immer wieder einen hohen Aufwand an emotionaler Kraft, über das, was man selber erlitten hat, zu sprechen. Und das an genau demselben Tag, an dem die deutsche Bundesregierung sich der chinesischen Forderung fügt und keine Fragen von JournalistInnen zulässt. Warum glaubst du, wurden keine Fragen zugelassen? Weil die chinesische Seite es nicht wollte. Und Olaf Scholz hat akzeptiert. Und die deutsche Regierung hat dem nachgegeben. Jetzt hast du gerade schon die TibeterInnen in den Raum geworfen und viele ZeitzeugInnenberichte, die ja auch durch NGOs wie die GfBV auch immer wieder an die Bundesregierung herangetragen werden. Erzähl uns mal ein bisschen über diese NGO-Arbeit. Was sagt ihr der deutschen Regierung? Was sagt ihr PolitikerInnen, wenn ihr euch mit denen trefft? Also wir versuchen die Informationen, die es über die Menschenrechtsverletzungen in Tibet, in Ostturgistan, wo die UigurInnen leben, oder auch in der inneren Mongolei von den MongolInnen erlitten, was es da für Verletzungen gibt an Menschenrechten durch die chinesische Regierung. Wir versuchen natürlich gemeinsam mit anderen Organisationen, also ganz besonders dem Uigurischen Weltkongress, im Falle der UigurInnen, Betroffene mit EntscheidungsträgerInnen zusammenbringen. Jetzt ist es in Deutschland wirklich so, es ist jetzt bekannt, was die UigurInnen erleben. Es ist auch bekannt, was die TibeterInnen erleben. Es ist nicht mehr ein Problem der Information. Jetzt sind wir seit einiger Zeit sozusagen in dem Stadium, okay, was jetzt? Was muss jetzt passieren? Es gab schon vor fünf Jahren Satellitenauswertung, es gab vor fünf Jahren schon Berichte über Umerziehungslager in Osttorkestan, Xinjiang, da wo die UigurInnen leben. Es gab natürlich schon seit Jahrzehnten Berichte darüber, wie die Menschenrechte von TibeterInnen systematisch verletzt werden. Das ist also nicht mehr, wir sind nicht mehr in einem Stadium, wo man noch vermitteln muss, was da passiert. Jetzt geht es darum, was bedeutet das für uns? Und da ist natürlich besonders wichtig, wie positioniert sich Deutschland gegenüber der Volksrepublik China? Danke für das Stichwort, denn wir möchten heute mit dir über die nationale China-Strategie sprechen, die ja gerade in der Mache ist von der deutschen Bundesregierung. Was bedeutet eigentlich sowas wie eine China-Strategie, wenn das in der deutschen Regierung besprochen wird? Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag von 2021 festgelegt, dass es eine China-Strategie geben wird. Warum? Weil China auf der einen Seite einer der wichtigsten Handelspartner unseres Landes ist und auf der anderen Seite ein Land ist, das extrem groß, extrem mächtig ist und das versucht, die international anerkannten Menschenrechtsnormen umzugestalten nach den Vorgaben der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei wird am 1. Juli, dann ist dieser Podcast wahrscheinlich schon draußen, ist sie 102 geworden, ist also sehr alt und fast seit ihrer Gründung verletzt sie systematisch Menschenrechte. Und wir wollen natürlich auf Seite der NGOs immer wieder aufzeigen, wie die Kommunistische Partei. Wenn wir von der chinesischen Regierung sprechen, das muss ich einfügen, dann sprechen wir eigentlich von der Kommunistischen Partei. Das ist auch etwas, was hier noch nicht alle Menschen verstanden haben. Xi Jinping ist nicht zuerst Staatschef, sondern erst Parteichef. Und diejenigen, die in der Kommunistischen Partei das sagen haben, das sind die Leute, die die Macht in China haben. Und das dürfen wir nie vergessen. Und jetzt die China-Strategie, da geht es im Grunde darum, wie begegnen wir dieser Herausforderung. Also wie gehen wir mit dem Fakt um, dass China auf der einen Seite einer unserer wichtigsten Handelspartner ist und auf der anderen Seite zum Beispiel Russland de facto unterstützt in seinem Krieg gegen die Ukraine, dass China die internationalen Menschenrechtsnormen aufweichen will, also nichts mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte anfangen kann oder will, sondern sehr darauf drängt, dass wenn es um Menschenrechte geht, das Recht, das sogenannte Recht auf Entwicklung viel wichtiger eingestuft wird als politische Rechte oder soziale oder kulturelle Rechte. Wie gehen wir damit um, dass wir wissen, was in China passiert und gleichzeitig natürlich auch starker Druck auf die deutsche Politik ausgeübt wird, seitens Chinas, aber auch seitens der deutschen Unternehmen, die in China gute Geschäfte machen. Und was wünschst du dir da von der deutschen Bundesregierung? Was sollte in diese China-Strategie rein? Was fordert die GfBV? Also wir fordern gemeinsam mit anderen Organisationen, wir haben da auch ein Fünf-Punkte-Papier vor geraumer Zeit aufgelegt, dass Menschenrechte einen höheren Stellenwert in der deutschen Außen- und Außenwirtschaftspolitik haben, dass Deutschland jede Gelegenheit nutzt, in bilateralen Treffen, aber auch auf der Ebene der Vereinten Nationen, Menschenrechte immer wieder anzusprechen, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, sich auch dafür einzusetzen, dass es zum Beispiel eine Sonderberichterstatterin für China gibt, weil China einfach einer der größten Menschenrechtsverletzer weltweit ist. Wir fordern, dass die Beziehungen zu Taiwan, demokratisch verfasst, intensiviert werden. Das wird auch teilweise schon gemacht. Vor ein paar Monaten war die Bildungsministerin in Taiwan, das hätte es vor ein paar Jahren auch nicht gegeben. Es gibt ein Umdenken, aber wir fordern, dass das sich in jedem Bereich, in dem es Beziehungen zu China gibt, bemerkbar macht. Denn wenn wir nicht aufpassen, dann ändert sich nicht China, das war ja früher mal das Motto, Wandel durch Handel. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht stärker verändern. Dass sowas wie neulich bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, dass dann keine Fragen von Journalistinnen hier zugelassen werden, dass sich das nicht wiederholt und dass es nicht der Standard wird. Mich würde jetzt wirklich noch mal interessieren, wir haben 16 Jahre Angela Merkel hinter uns. Wie ist das jetzt unter Olaf Scholz und der neuen Regierung? Kannst du da einen Wandel erkennen? Kannst du da eine Veränderung erkennen? Also die Ampelregierung besteht ja aus mehreren Parteien und die sind sich nicht ganz einig, wie man mit so einem Land wie China umgehen soll. Es gibt Parteien, die traditionell kritischer gegenüber China aufgetreten sind, das sind in dem Fall die Grünen. Es gibt eine Partei, die jetzt noch mit den Folgen ihrer verfehlten Russland-Politik kämpft, das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und es gibt die FDP, die jedenfalls in den letzten Jahren immer kritischer gegenüber China oder der chinesischen Regierung geworden ist. Und die und die Ministerien, die von diesen Parteien angeführt werden, die haben jetzt in den letzten Monaten die China-Strategie, die eventuell jetzt schon raus ist, wenn ihr das hier hört, den Podcast, ausgehandelt. Ist es besser geworden oder schlechter? Also unter Angela Merkel hat sich Deutschland im Grunde sehr nett gegenüber der chinesischen Regierung gezeigt. Deutschland hat sehr sich dafür eingesetzt, dass zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union es ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China gibt. Das hat Frau Merkel bis zum Ende versucht durchzudrücken und es wurde zum Glück vom Europäischen Parlament auch wegen der Menschenrechtsverletzung durch die chinesische Regierung gestoppt. oder auf Eis gelegt. Was man Frau Merkel zugutehalten muss, sie hat sich nach all dem, was man weiß, für einzelne Dissidentinnen eingesetzt. Sie hat auch sich dafür eingesetzt, dass Fragen bei Pressekonferenzen zur Lage in China zugelassen werden. Herr Scholz hat jetzt auch nochmal gesagt, dass man gegenüber der chinesischen Regierung jetzt bei den Konsultationen darauf gedrängt hätte, dass sich die Arbeitsbedingungen ausländischer JournalistInnen in China verbessern. aber ich hoffe wirklich, dass dieses Nicht-Zulassen von Fragen bei dieser Pressekonferenz jetzt ein Einzelfall geblieben sein wird. Frau Baerbock hat bei ihrem Besuch, also die Außenministerin hat bei ihrem Besuch in China sehr kritische Worte gefunden, hat die Situation der Uiguren auch explizit angesprochen, hat auch den Bericht, den die damalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Batschlett im letzten August rausgegeben hat, erwähnt und auch gesagt, dass die chinesische Regierung den Forderungen dieses Berichtes, also eine Verbesserung der Menschenrechtslage von UigurInnen und anderen Turkvölkern Folge geleistet werden soll. Wir haben unterschiedliche Tonarten, die von der deutschen Regierung gespielt werden und die Hoffnung ist natürlich, dass nachdem diese China-Strategie jetzt draußen ist, die chinesische Regierung als die Gefahr für Menschenrechte weltweit gesehen wird, die sie ist. Jetzt schauen wir mal, was die China-Strategie sagt und schauen wir mal, ob den darin enthaltenen Punkten auch Folge geleistet wird. Für uns zum Beispiel ist wichtig, natürlich die Situation der UigurInnen, aber auch die Frage der Nachfolge des Dalai Lama. Der Dalai Lama wird am 6. Juli 88 Jahre alt. Er hofft, dass er 113 wird, ich hoffe es auch, aber wir wissen alle, dass die chinesische Regierung sich auf seine Nachfolge vorbereitet und in dem Moment, wo er stirbt, wird sie alles daran setzen, einen eigenen Nachfolger, einen eigenen Dalai Lama einzusetzen und deswegen ist wichtig, dass Deutschland im Rahmen seiner China-Strategie sich auch stärker für Religionsfreiheit von UigurInnen, TibeterInnen, MongolInnen, ChristInnen, all denen, die in China unter dieser Regierung leidet, einsetzt. Es kann sein, dass Deutschland das nicht tut und wir versuchen natürlich gemeinsam mit befreundeten Organisationen und Betroffenen immer wieder drauf zu drängen, dass diese Frage, wer wird der Nachfolger von Dalai Lama, das ist keine reine innenpolitische Frage in China, sondern das hat geopolitische Konsequenzen, weil der tibetische Buddhismus nicht nur in China oder in Tibet anzutreffen ist, sondern auch in Nachbarstaaten und selbst in einigen russischen Republiken. Aber dass es überhaupt so eine China-Strategie gibt, das ist doch schon was Besonderes, oder? Ja, meines Wissens nach gibt es entweder keine anderen, ich weiß es nicht genau, oder nicht viele andere Strategien, die sich mit einzelnen Ländern befassen. Es gibt eine nationale Sicherheitsstrategie, die jetzt in den letzten Wochen veröffentlicht wurde, in der ist auch die chinesische Herausforderung genannt, aber meines Wissens nach, bitte HörerIn, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, gibt es zu anderen Ländern diese Art von Strategie nicht. Und das zeigt einfach, dass China eine Riesenherausforderung ist auf vielen Ebenen, wirtschaftlich, menschenrechtlich, politisch. Aber vielleicht auch, dass die NGO-Arbeit oder auch die Arbeit von Betroffenen geholfen hat, da doch ein bisschen mehr den Augenmerk auf solche, auf diese Problematik auch mit China zu werfen. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel der UigurInnen. Die chinesische Regierung hat 2016 17.000 von Umerziehungslagern errichten lassen. Ohne die Berichte von Menschenrechtsorganisationen, ohne die Berichte von Betroffenen, die von Menschenrechtsorganisationen mit PolitikerInnen zusammengebracht wurden oder auch mit MedienvertreterInnen, könnte die chinesische Regierung jetzt immer noch behaupten, dass es in Ostturgistan, Xinjiang keine Lager gibt. Ungefähr 2019 hat die chinesische Regierung, also de facto die Kommunistische Partei, gesagt, ja, es gibt da was in Ausbildungszentren und wir wollen UigurInnen, KasachInnen, KirgisInnen, also den Turkvölkern, die in der Region leben, mehr Ausbildung, eine bessere Ausbildung ermöglichen, damit sie erfolgreicher am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Ohne diesen Druck von außen, auch ohne den Druck von Menschenrechtsorganisationen, hätte die chinesische Regierung ihr Narrativ, da gibt es nichts, weiter vertreten können. Das heißt, die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen, auch wie unserer, die zeigt sich nicht immer direkt, aber die starke Reaktion der chinesischen Regierung auf Kritik von Außen, auf Kritik von Staaten, aber auch Menschenrechtsorganisationen, zeigt, dass was wir und andere tun, durchaus wahrgenommen wird. Und wir wissen ja alle, vor fünf Jahren hat die chinesische Regierung temporär versucht, uns unseren UN-Status wegzunehmen, weil wir die Uiguren und den Präsidenten des Uigurischen Weltkongresses, Doikon Isar, immer wieder unterstützt haben, akkreditiert haben bei Konferenzen der Vereinten Nationen. Das zeigt, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird, auch von der chinesischen Regierung. Als Herr Scholz letztes Jahr nach China gefahren ist, im November, hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung mit anderen Organisationen. Daraufhin hat die chinesische Regierung auf ihrer Webseite uns und andere Organisationen namentlich genannt, dass wir ja bekannte Anti-China- Organisationen nimmt. Du bist ja wirklich viel mit dem Weltkongress der Uiguren in Kontakt mit vielen UigurInnen. Du bekommst ja viele Schicksale mit. Du lernst auch Menschen kennen, die diese Lager überlebt haben oder miterlebt haben. Kannst du uns noch mal einmal mitnehmen und noch mal anhand eines Beispiels aufzeigen, was bedeutet es, in eins dieser Lager zu kommen? Also wir hatten vor anderthalb Jahren mehrere Veranstaltungen, zum Beispiel mit einer ethnischen Usbekin, die heißt Kalbinur Siddiq, die ist in Osttukstan geboren, aufgewachsen, spricht besser Uigurisch als Usbekisch, es sind aber auch verwandte Sprachen und die war 30 Jahre lang Chinesischlehrerin in Orumqi, der Hauptstadt von Osttukstan und die wurde gezwungen, in einem dieser Lager zu arbeiten, als Chinesischlehrerin. Das heißt, sie war relativ gesehen in einer besseren Situation als die Häftlinge, die dort eingesperrt wurden und man muss sich vorstellen, bis zu zwischen ein und zwei Millionen UigurInnen wurden in letzten Jahren in diese Lager gesteckt, total willkürlich, ohne Prozess, aufgrund, weil sie WhatsApp-Kontakt mit dem Ausland hatten, weil sie einen Bart getragen hatten, weil sie einfach nicht der chinesischen Region gepasst haben und die musste chinesisch unterrichten und die hat mitbekommen, wie Menschen gefoltert wurden, wie Frauen Spritzen und Medikamente verabreicht bekommen haben, wie Leute teilweise im Unterricht festgekettet wurden, denen sollte diese dann chinesisch unterrichten. Und am Ende ist auch ihr schlimmste Teil geworden, sie wurde nämlich zwangssterilisiert. Warum? Die chinesische Regierung will, dass es weniger UigurInnen und Angehörige anderer Turkvölker in dieser Region gibt. Die chinesische Regierung, nach allem, was ich weiß, will nicht die UigurInnen komplett auslöschen, aber sie will, dass es weniger UigurInnen gibt. Sie will, dass es mehr Han-ChinesInnen in der Region gibt als UigurInnen oder KasachInnen oder KigisInnen. Es gibt ja mehrere Turkvölker, die in dieser Region leben. Und da ist Zwangssterilisierung eines der grausamen Mittel, den sich Menschen wie Kalbinössidik nicht entziehen können, weil das ist ja eine Zwangsmaßnahme und ist eine von vielen Maßnahmen, mit der versucht wird, die Menschen, die in der Region leben, zu unterdrücken und zum Schweigen zu bewegen. Denn wenn alle die, die in Lagern sind oder waren, alle die, die zu langen Haftstrafen in den Gefängnissen verurteilt wurden, über das Bericht, was ihnen angetan würde, dann würde das China-Bild in Deutschland sich noch mal mehr drehen. Es gab in den letzten Jahren Berichte vermehrt über einzelne Schicksale, aber es ist wichtig, immer wieder auch hier klarzumachen, der nette Herr Premierminister und seine nette Regierung, die hier den roten Teppich ausgerollt bekommen, das sind Verbrecher und Verbrecherinnen und die sollten eigentlich vor ein Gericht kommen. Jetzt hast du gerade ein Frauenschicksal benannt. Es sind ja nicht nur die Frauen, die im Radar sind, es sind auch die Kinder. Richtig. Also Frauen werden massenhaft zwangssterilisiert, kommen genauso wie Männer immer wieder in Umerziehungslager, werden zu langen Haftstrafen verurteilt, müssen dann entweder in Haft oder nach der Haft Zwangsarbeit leisten. Also es gibt Berichte über Zwangsarbeit im Baumwollsektor, im Automobilsektor und ihre Kinder, die Kinder von diesen Familien kommen staatliche Internate. Wie viele? Es gibt Berichte darüber, dass ich glaube 2019 waren glaube ich 800.000 ulgurische Kinder in staatlichen Internaten. Es ist jetzt ein bisschen das Problem, dass in den letzten Jahren die Informationen noch spärlicher sind, die aus der Region rauskommen, aber wir müssen davon ausgehen, dass ein Großteil der ulgurischen Kinder in Internaten sind und in diesen Internaten lernen sie nur Mandarin, also sie lernen Hochchinesisch, sie bekommen die Doktrinen der kommunistischen Partei und ihrem großen Anführer Xi Jinping aufgedrängt, jeden Tag. Sie entfremden sich natürlich dadurch von ihren Familien, das heißt, wenn sie ihre Familien oder Angehörigen dann mal wiedersehen können, wenn die aus den Lagern oder aus den Gefängnissen raus sind, wenn sie am Wochenende oder vielleicht während der Ferien nach Hause kommen, dann sind das gehirngewaschene kleine Menschen, die genauso wie, das macht die chinesische Regierung auch in Tibet, mit der jeweiligen Kultur und der jeweiligen Sprache, also ugorisch, eine Turk-Sprache, hat mit dem Chinesischen nichts zu tun, Tibetisch hat mit dem Chinesischen ganz wenig zu tun. Die sprechen dann nur noch Mandarin, die werden dann, die beten dann das nach, was die kommunistische Partei oder die Regierung ihnen in diesen staatlichen Internaten vermittelt und dadurch werden sie von ihrer Tradition, von ihrer Sprache, von ihren Eltern und Großeltern systematisch getrennt. Wie alt sind diese Kinder, wenn sie in diese Internate kommen? Die Kinder, also in Tibet gibt es Berichte darüber, dass die meisten Kinder zwischen sechs und 18 sind. Es gibt aber auch Berichte, dass es tausende von Kindern gibt, die vier oder fünf Jahre alt sind. Und bei den UigurInnen ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja, also mir stockte immer wieder der Atem, dass vier- und fünf- und sechsjährige Kinder ihren Familien entrissen werden und in Internate gesteckt werden. Dort, wo es ihnen wahrscheinlich nicht gut geht. Nein, dort, sie werden massenhaft traumatisiert, ihre Eltern und Großeltern sind traumatisiert und die Verbindung zwischen den Generationen wird gekappt und durch diese Kappung wird auch die Weitergabe von der Sprache, von der Kultur, von der Religion gekappt. Tibetische Kinder lernen in den Internaten nicht, dass der Dalai Lama der legitime Anführer des tibetischen Buddhismus ist, sondern die lernen, dass der Dalai Lama ein Wolf im Mönchspelz ist oder ein Wolf im Schafspelz ist. Jemand, der China auseinanderbrechen lassen will, obwohl das überhaupt nicht sein Ziel ist. Die lernen, den Dalai Lama zu hassen und die ulgurischen Kinder lernen, dass Religion Gift ist und dass es eigentlich nur einen Gott ist, gibt und das ist Xi Jinping. Also er wird natürlich nicht als Gott bezeichnet, aber er wird so als Übervater gezeigt, als Vater der Nation, der chinesischen Nation und es ist wichtig, also mir wichtig zu sagen, es soll weniger UigurInnen geben, wenn es nach dem Willen der chinesischen Regierung gibt. Es wird aber in Zukunft wahrscheinlich noch Uiguren geben, aber das, was übrig bleibt, wenn die chinesische Regierung auf der Ebene der Vereinten Nationen oder in bilateralen Treffen mit ihren Verbrechen konfrontiert wird, dann wird sie sagen, ja, es gibt da noch Uiguren und Tibeter, was wahrscheinlich auch stimmen wird, aber was bleibt da noch übrig? Die sprechen dann nicht mehr gut Tibetisch, die sprechen nicht mehr gut Uigurisch, die haben mit der Jahrtausende alten Traditionen und Religion mit ihrer eigenen Kultur, die haben keinen Bezug mehr dazu. Warum ist das so eine Bedrohung dieser anderen Gruppen, die es quasi in der Region gibt? Warum ist das für die kommunistische Partei so eine Bedrohung anscheinend? Die ist eine super wichtige Frage, denn Unterdrückung gibt es in der uigurischen und tibetischen Region im Grunde seitdem die Volksbefreiungs- oder die sogenannte Volksbefreiungsarmee, also die Parteiarmee der kommunistischen Partei in die Region gegangen ist. Im Grunde seit der Gründung der Volksrepublik China 1949, Tibet dann 1950 oder dem Vordringen der kommunistischen Partei in den 50er Jahren, da gab es die Politik, die hat man von der Sowjetunion übernommen. Die Sowjetunion und die kommunistische Partei der Sowjetunion war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für die kommunistische Partei Chinas, die lange Zeit sowas wie der kleine Bruder war. Mao hat Stalin auch so ein bisschen als großen Bruder angesehen, obwohl sie sich auch nicht in allen Sachen einig waren. Was sie auf jeden Fall übernommen haben, ist die Nationalitätenpolitik, denn sowohl die kommunistische Partei in der Sowjetunion als auch die kommunistische Partei in China, die haben ja Imperien übernommen. Während der Qing-Dynastie, die bis 1911 geherrscht hat, hat sich China ausgebreitet sozusagen, hat Gebiete kolonisiert, die vorher nicht zum Territorium Chinas gehört haben. Genauso wie die kommunistische Partei in der Sowjetunion Gebiete übernommen hat, die auch das Ergebnis interner Kolonisierung waren. Die ganzen Sowjetrepubliken, die sich dann 1991 abgespaltet haben, die waren ja in den Jahrhunderten davor zum Teil von Russland und dann später der Sowjetunion geworden. Und dann standen sie vor der Frage, ja, wie gehen wir denn damit um, dass wir ein Imperium übernommen haben jeweils? Und dann haben sie das übernommen, was die KPDSU in der Sowjetunion gemacht hat, nämlich, dass man bestimmten Republiken oder bestimmten Regionen Autonomie versprochen hat und gesagt hat, ihr seid zwar Teil unseres Staatsgebietes, aber ihr könnt weiterhin eure Sprache sprechen. Unsere Verfassung wird euch garantieren, dass ihr eure Sprachen weitergeben könnt. In der chinesischen Verfassung steht, dass in den autonomen Regionen die Menschen dort, Tibeter, Uyghur und Mongolen, das Recht haben, ihre eigene Sprache und Kultur weiter zu pflegen. Also das, was wir sehen, ist, dass unter Xi Jinping sich China radikalisiert hat, beziehungsweise die chinesische Regierung radikalisiert hat. Xi Jinping ist 2012-13 an die Macht gekommen und er hat Angst davor, dass China auseinander bericht. Er hat Angst davor, dass China denselben Weg nimmt wie die Sowjetunion. Und die Sowjetunion ist laut der Interpretation von Xi Jinping auseinandergebrochen, auch deswegen, weil sie eine relativ liberale Nationalitätenpolitik hatte. Und jetzt ist nicht mehr das Konzept der Autonomie und Akzeptanz der Vielfalt, sondern es geht jetzt darum zu sagen, Tibeter sind Chinesinnen, UyghurInnen sind Chinesinnen. Wir stammen alle von derselben großen chinesischen Tradition und Kultur ab. Es geht im Grunde sozusagen eine pervertierte Form des Melting Pots. Und das klingt netter als das, was andere Diktaturen in der Vergangenheit gemacht haben. Aber de facto bedeutet es für die Tibetern und Uyghuren nicht, dass sie massenhaft umgebracht werden. Und das nicht. Natürlich, Zwangssterilisierung heißt, es wird weniger von ihnen in der Zukunft geben. Aber sie werden nicht reihenweise erschossen. Es gibt Tote in den Lagern. Es werden auch Menschen umgebracht. Aber soweit wir das wissen, nicht so massenhaft wie zum Beispiel unter den Nazis. Aber es geht eben darum, dass auch durch die Propagierung von Ehen zwischen Han, Männern und uygurischen Frauen, das Uygurische verschwindet. Also sie sind dann in Zukunft noch da. Sie tanzen für chinesische TouristInnen, für ausländische Besuchende. Aber sie sind nicht mehr das, was sie vor ein paar Jahren noch sein können, weil Xi Jinping Angst vor Vielfalt hat. Wir unterbrechen die Sendung für einen kurzen Hinweis. Wir finanzieren unsere Menschenrechtsarbeit mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wenn ihr möchtet, unterstützt unsere Arbeit und spendet auf unserer Webseite oder per Überweisung. Als Mitglied macht ihr unseren unabhängigen Einsatz für Menschenrechte möglich. Erhaltet regelmäßig Berichte und Informationen über unsere Arbeit und könnt unseren Verein aktiv mitgestalten. Was erwarten UygurInnen, die im Exil leben, die in der Diaspora Organisation gegründet haben? Was erwarten die von der deutschen Regierung und wie positioniert sich die deutsche Regierung im Gegensatz zu anderen demokratischen Staaten in dieser Welt? Es gibt mehrere nationale Parlamente und auch einige Regierungen, die das, was die chinesische Regierung den UygurInnen antut, als Völkermord bezeichnet. Es gab vor zwei Jahren eine Anhörung im Menschenrechtsausschuss des Bundestages und der Menschenrechtsausschuss hat danach eine Erklärung verfasst, dass die Verbrechen als mindestens als Verbrechen in die Menschlichkeit einzustufen sind. Und man muss wissen, Völkermord ist als Verbrechen gewissermaßen prominenter, aber es ist auf derselben rechtlichen Stufe wie Verbrechen in die Menschlichkeit. Die UygurInnen erwarten eigentlich eine Stellungnahme der deutschen Regierung, wie sie, also wie Herr Scholz und Frau Baerbock, die Verbrechen der chinesischen Regierung einstuft und erwarten eigentlich auch, dass langfristig, mittel- und langfristig die Verbrecher, also Xi Jinping und seine Schergen, wenn ich sie so nennen darf, gerichtlich belangt werden. Denn Deutschland ist Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes und hat deswegen das Weltrechtsprinzip in unsere Rechtsordnung integriert. Wir wissen ja, es gab Fälle zum Beispiel eines syrischen Luftwaffengenerals, der hier zu einer Haftstraf verurteilt wurde. Der war natürlich in Deutschland als Flüchtling und deswegen konnte er dingfest gemacht werden. Aber langfristig geht es darum, wenn man zu Recht fordert, dass Wladimir Putin festgenommen werden muss, aufgrund seines Angriffskrieges, seiner Kriegsverbrechen, seiner Verbrechen in die Menschlichkeit. Da muss dasselbe Prinzip auch gegenüber chinesischen Staatsführern gelten. Also die Uyguren erwarten, dass diese Taten juristisch geahndet werden. Natürlich wissen wir alle, dass es sehr schwierig ist, weil China einer, der auf der einen Seite Rival ist und auf der anderen Seite Wirtschaftspartner. Aber auf jeden Fall muss die deutsche Regierung jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um die Verbrechen anzuprangern und auch deutlich auszubuchstabieren, was denn genau die chinesische Regierung macht. Und das ist ja bekannt. Und Deutschland muss auf der Ebene der Vereinten Nationen immer wieder den Uyguinnen die Gelegenheit geben, auch bei Veranstaltungen über das, was sie erlitten haben, zu berichten und gegenüber der chinesischen Regierung immer wieder fordern, beendet eure Verbrechen gegen Menschlichkeit oder Völkermord auf jeden Fall, beendet eure Verbrechen. Und Deutschland muss auch, und das ist jetzt eine Erwartung, die aufgrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes jetzt ins Spiel kommt, darauf achten, dass deutsche Unternehmen wie Volkswagen nicht tolle Geschäfte in China machen, während in derselben Region, wo Volkswagen aktiv ist, die schwersten Menschenrechtsverbrechen begangen werden. Das bedeutet de facto, dass Deutschland sehr stark darauf achten muss, ob Unternehmen wie Volkswagen so weitermachen können wie bisher. Der ehemalige Volkswagen-Chef, Herr Dies, hat 2019 auf die Frage, was denn da in Ostturkistan, Xinjiang passiert, gesagt, ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Er hat so getan, als wüsste man das nicht. Megakrass für ein deutscher Wirtschaftsführer, der natürlich informiert ist über das, was in China passiert, so tut, als gäbe es da keine Probleme. Volkswagen hat seine Strategie insofern geändert, als es das nicht verneint, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, aber das ist uns wichtig zu erwähnen, dass Volkswagen hat ein Werk in der Region und auch viele Lieferketten, die in die Region reichen. Volkswagen sagt, wir stehen für Menschenrechte, wir müssen aber in der Region bleiben, denn wenn wir rausgehen, wird es ja sowieso schlimmer. Und in dem Werk, das wir mit unserem chinesischen Joint Venture Partner haben, gibt es unseres Wissens nach keine Menschenrechtsverletzungen. Jetzt muss man wissen, Volkswagen hat gar nicht die Möglichkeit aufzuklären, was genau in dem Werk passiert, denn es wird auf der einen Seite vom chinesischen Joint Venture Partner SAIC kontrolliert und wenn Herr Brandstätter, das für China zuständige Vorstandsmitglieder, dorthin reist und ein paar Mal mit UigurInnen oder KasachInnen, die in dem Werk beschäftigt sind, spricht, dann werden die ihm ganz bestimmt nicht sagen, was sie und ihre Familien in den letzten Jahren erlebt haben, weil sie natürlich vorbereitet wurden auf diesen Besuch und sie ganz genau wissen, was sie nicht sagen dürfen. Unsere Forderung ist genauso wie die Forderung des Weltkongress der Uiguren, Volkswagen muss raus aus der Region, weil Volkswagen nicht sicherstellen kann, dass es nicht Teil einer Maschinerie von schwersten Menschenrechtsverletzungen ist. Denn, wenn ich das noch ergänzen darf, die Lieferketten von großen Autoherstellern wie Volkswagen führen in diese Region. Es gibt nicht nur das Werk von Volkswagen, sondern in dieser Region wird immer mehr Stahl produziert, immer mehr Aluminium produziert. Die chinesische Regierung und chinesische Unternehmen haben immer mehr der Komponenten, die für Autos wichtig sind, die Produktion dieser Komponenten in die Region verlagert. Und da wissen wir, es gibt da einen wichtigen Bericht der Universität Sheffield aus dem letzten Jahr, dass große Stahlproduzenten, Aluminiumproduzenten, dass die in Zwangsarbeit verwickelt sind. Warum? Weil es der Staat will. Und der chinesische Staat ist natürlich auch in jedem großen Unternehmen präsent. Die kommunistische Partei ist in jedem großen Unternehmen präsent. Das heißt, die chinesischen Unternehmen können sich dem Willen, dass Zwangsarbeit systematisch eingesetzt wird, gar nicht entziehen. Ist denn da nicht aber auch ein Teil mit Verantwortung zu sehen? Also ich meine, in der Hinsicht, wenn man zum Beispiel sowas auch anerkennt, also die Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Genozid einer UigurInnen, wenn man das als deutscher Bundestag zum Beispiel anerkennt, dann hat man damit ja auch eine Verantwortung, die man aufnimmt. Das heißt, es würde ja auch eine Verantwortung auf Deutschland wieder zurückfallen. Ja, ich meine, die deutsche Regierung hat auch die Schlussfolgerung von der UN-Hochkommissarin der ehemaligen Frau Batschlett in ihrem Bericht aus dem letzten Jahr gar nicht widersprochen. Ich hatte ja vorhin gesagt, Frau Baerbock hat sich auch auf diese Schlussfolgerung berufen und dass China den Folge leisten soll. Also Deutschland bestreitet nicht, dass es diese Verbrechen gibt. Deutschland könnte aber noch expliziter sein in der Ausbuchstabierung, was denn dort passiert. Das tut ja Deutschland in Bezug auf die Verbrechen von Wladimir Putin und seinen Schergen ja auch. Warum nicht auch im Falle Chinas? Weil China halt der wichtigere Handelspartner ist. Und es gibt immer noch eine relativ weit verbreitete Naivität, nicht unbedingt in der Politik, aber in der Wirtschaft, dass man Politik und Wirtschaft trennen muss. So wie ja auch das Internationale Olympische Komitee vor anderthalb Jahren, als die Olympischen Winterspiele in China immer gesagt hat, man muss Politik und Wirtschaft trennen. Aber in einer Diktatur ist alles politisch. Wirtschaft, Sport, in einer Diktatur wird alles benutzt. In einer Diktatur wie China nutzt die chinesische Regierung die Präsenz von Volkswagen, um zu zeigen, in unserer Region ist alles toll, denn guck mal, was für ausländische Automobilhersteller hier tätig sind. Ein bisschen auch wie mit Olympia, zu sagen, das ist wieder dieser Begriff Sportwashing, den man da hat, dass man quasi sein eigenes Image aufpoliert mit solchen Sportgroßveranstaltungen wie zum Beispiel der Olympiade. Genau. Und das ist alles bekannt und das IOC bewegt sich nicht und wir haben auch hier in Deutschland ein Problem. Ich meine, du hast ja viel zu Kata gearbeitet letztes Jahr. Unsere großen Sendeanstalten, die machen auf der einen Seite kritische Reportagen, aber dann berichten sie auch. Und da ist die Frage, ob man sich da nicht aus diesem System rausziehen soll, wenn man weiß, das System ist krank. Das Sportsystem ist krank mit dem IOC oder mit der FIFA. Und auch unser Wirtschaftssystem hat ein Problem, denn es gibt jetzt nun mal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gibt jetzt die erste Beschwerde beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, die eine Beschwerde von anderen Organisationen, die gesagt haben, Volkswagen verletzt mit seiner andauernden Präsenz in der Region, wo Völkermord geschieht, in Osttürkistan die Vorgaben des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Du hast ja diese Beschwerde gerade erwähnt gegenüber VW. Und anderen Herstellern wie auch BMW und Mercedes. Was glaubst du denn, was ist deine Einschätzung? Kann dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so viel anstoßen, dass wirklich so große Unternehmen in Deutschland wie VW, wie die gesamte Automobilindustrie wirklich sich mal bewegt und auch Unternehmensverantwortung zeigt? Das ist eine gute und schwierig zu beantwortende Frage. Das wird davon abhängen, ob es viele Beschwerden und viele Klagen auch geben wird, ob der Druck auf die Industrie letztendlich zu groß wird oder so groß wird, dass die großen Unternehmen, die in der Region tätig sind, reagieren müssen. Und das ist dann auch eine Frage des politischen Willens. Wir haben zum Beispiel hier in Niedersachsen eine sehr enge Verflechtung des Landes Niedersachsen und der jeweiligen Landesregierung mit dem Volkswagen-Konzern. Volkswagen ist meines Wissens nach der größte Arbeitgeber in Niedersachsen. Und da hängt natürlich auch für die Politiker viel dran. Und Volkswagen, wenn Volkswagen unter Druck gesetzt wird, sich aus der Region rauszuziehen, die es aber nicht will, aus Angst, den Zugang zum chinesischen Markt einzubüßen oder teilweise einzubüßen, dann ist natürlich auch die niedersächsische Landesregierung gefragt. Und deswegen versuchen wir natürlich auch auf die hiesige Politik einzuwirken, dass die ihrerseits Druck macht. Und wir werden auch noch stärker auf ArbeitnehmerInnenvertreter eingehen, dass die noch stärker oder noch mehr über das Schicksal der UigurInnen informiert werden. Weil also die Hoffnung ist, dass durch dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass Dinge in Gang kommen, die ohne das Gesetz nicht in Gang gekommen wären. Jetzt gibt es ja auf europäischer Ebene noch die Diskussion über eine Lieferkettenrichtlinie. Und die würde dann auch maßgeblich für Deutschland sein. Natürlich versuchen Unternehmen, aber auch einige PolitikerInnen, diese Lieferkettenrichtlinie der Europäischen Union zu verwässern, so wie das auch Unternehmen hier in Deutschland versucht haben, das Gesetz zu verwässern. Aber es gibt auf jeden Fall dadurch Instrumente, die es vorher nicht gab. Insofern… Ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht aus. Es gibt ja ein US-amerikanisches Gesetz, was ja deutlich weiter geht als das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Genau. Es gibt so ein Gesetz, das den Import von Waren, die mit uigurischer Zwangsarbeit hergestellt wurden, untersagt. Und seitdem ist auch die Zahl, die Prozentzahl der Importe aus der Region Ostturgistan, Xinjiang meines Erachtens nach in den USA zurückgegangen. Wenn wir jetzt nochmal zur China-Strategie nochmal zurückkommen, weiß man denn schon, was ungefähr drinstehen wird? Es gab einen Entwurf, der vor Ende letzten Jahres, glaube ich, schon an Journalisten oder JournalistInnen geleakt wurde. Das war aber der erste Entwurf. Und was wir wissen, ist, dass seitdem intensive Debatten zwischen den verschiedenen Ministerien gab. Also man kann davon ausgehen, dass Deutschland jedenfalls auf dem Papier kritischer gegenüber der chinesischen Regierung auftritt, weil sich natürlich auch global die Sicht von China auch durch Chinas Haltung im russischen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine verändert hat. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Ich nehme an, dass es kritischer ist. Ich habe die Befürchtung, dass die Bemühungen von vielen Unternehmen, die in China tätig sind, auch Erfolg gezeigt haben und dass das, was man sich an sich, gerade vom Auswärtigen Amt, das genau weiß, was in China passiert, erhofft hat an Kritik der chinesischen Regierung, aber auch sozusagen an Ankündigungen, was man denn in Zukunft machen werde, dass sich das ein bisschen abgeschwächt hat. Aber es ist sowieso so. Auf der einen Seite gibt es das Papier, nationale Sicherheitsstrategie, China-Strategie und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Entwicklungen, die man jetzt noch nicht vorhersehen kann, teilweise vorhersehen kann, teilweise nicht. Wie zum Beispiel, was passiert, wenn der Dalai Lama stirbt? Und ich hoffe, dass egal, wie diese China-Strategie aussieht, dass sie kritisch ist und dass sie die Naivität, die unser Handeln gegenüber China früher geprägt hat, dass die jetzt mal ad acta gelegt werden kann und dass Deutschland spontan darauf reagiert, wenn chinesische MenschenrechtlerInnen erneut in Haft kommen, dass wenn es neue Berichte gibt über Verbrechen in Tibet, Verbrechen in Ostturgistan, Verbrechen in der inneren Mongolei, wo auch dort die mongolische Sprache und Kultur immer weiter zurückgedrängt wird, dass Deutschland bereit ist, sich da zu Positionen in idealer Weise mit seinen europäischen Nachbarn. Also einen Aspekt, den ich gerne noch kurz erwähnen möchte, ist, dass Deutschland an sich oder die deutsche Regierung angekündigt hat, europäischer zu handeln gegenüber China, aber Herr Scholz, Herrn Macron im letzten Jahr nicht nach China mitgenommen hat. Und das auch, glaube ich, ein Ergebnis des Drucks deutscher Unternehmen ist, dass Deutschland seine eigene China-Strategie hat. Insofern China-Strategie gut und schön, aber in Zukunft kommt es auf gemeinsames Handeln mit europäischen PartnerInnen an. Wenn die China-Strategie kritisch ausfallen sollte oder zumindest kritische Aspekte, wir werden ja hoffentlich dabei sein, ist das dann auch etwas, worauf du dich in deiner Arbeit berufen kannst quasi? Nee, also ich als oder wir als Leute, die bei Nichtregierungsorganisationen arbeiten, wir brauchen, wir sehen anhand der China-Strategie, wo die deutsche Politik steht. Wir sehen natürlich auch dadurch, was da nicht drin steht, welche Lernprozesse noch vor der deutschen Politik liegen. Aber unser Handeln wird nicht durch die China-Strategie geprägt als Nichtregierungsorganisation, sondern von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die in 30 sehr kurzen Kapiteln dargelegt hat, welche Rechte wir als Menschen haben, wie wir andere Menschen behandeln müssen und insofern, wenn in der China-Strategie Dinge drinstehen, die wir gut finden und wenn wir dann sehen, dass die deutsche Regierung diesen Vorgaben durch die Strategie nicht folgt, dann werden wir es ansprechen, aber wir werden natürlich auch die Dinge ansprechen, die nicht in der Strategie stehen. Also ich würde sagen, wir sind sehr gespannt, was in diesem Papier drinsteht. Wir sind sehr gespannt, ob es ein Richtungswechsel sein wird, ob die deutsche Regierung mutiger auftreten wird, ob sie auch deutsche Unternehmen mehr zur Verantwortung zieht oder ob sich solche Pressekonferenzen wiederholen werden, wo journalistische kritische Fragen nicht zugelassen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten an einem kleinen Scheideweg stehen und sehen werden, wohin geht es denn. Und ich glaube, uns allen ist klar, die menschenrechtliche Lage ist so katastrophal in China, dass es einen Richtungswechsel geben muss. Auf jeden Fall. Und ich rate allen EntscheidungsträgerInnen oder all denjenigen, die sich für das Thema interessieren, sich mit denen zu treffen, die selber Opfer dieser Regierung geworden sind. Also mit den tibetischen Nonnen zu sprechen, die in Haft waren, mit den ulgurischen Vätern, die von ihren Kindern getrennt wurden und die ihre Kinder seit Jahren nicht gesehen haben, mit Menschen wie Kalbinos Hittik, die schon angesprochen wurde. Denn es ist nochmal was anderes, ob man abstrakte Zahlen wie eine Million, anderthalb Millionen liest oder ob man eine Person spricht, die Opfer dieses Systems geworden ist. Und dann wird man auch noch verstehen, das ist das System und das ist nicht die einzelnen Personen im System, die grausam ist. Das System an sich ist grausam. Die kommunistische Partei ist daran schuld. Und wir müssen so ein bisschen aufwachen und verstehen, dass diese kommunistische Partei, also de facto die chinesische Regierung, dass die nicht das will, was wir wollen. Tja, ich glaube, das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort gewesen. Vielen Dank, Hanno, dass du dich hast von unseren Fragen löchern lassen und diesmal quasi der warst, der die Fragen beantworten musste. Sehr gerne. Ich denke, wir gehen alle mit vielen neuen Anregungen raus aus diesem Gespräch. Und an die ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt. Auch zum Schluss natürlich wie immer nochmal der kleine Hinweis. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, uns auf den sozialen Medien natürlich, Instagram, Twitter und alles, was es sonst noch so gibt, folgen oder auch unseren Podcast bewerten, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldungen und damit verabschieden wir uns für heute. Vielen, vielen Dank, Hanno. Vielen Dank, Tabea. Vielen Dank, Regina. Und bis dann. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Eine Publikation der Gesellschaft für bedrohte Völker.